yo leute was geht und heute spielen wir eine runde roblox mother miscreate 2 ja oder 2 wie auch immer ja mein youtube skin was geht euch los ja ich hab mir elite gekauft ich muss das spiel mal leise also ich hab mir elite gekauft kann man das ausschalten nur der detektiv kann das ja hier gibt es einen mörder und der muss ja die anderen töten ja du wirst ja das bestätigt ja du wirst ja das bestätigt so das war noch zu sagen ganz oben in der liste steht doch elite das ist ja schon angeblich hier habe ich nichts ich habe ich auch nichts habe ich das ich habe ich ja wie auch immer jetzt gucken ich habe wie teuer ist eigentlich 200 pets aber hier bergs fake gun fake gun ok es geht los innocent wieder so ich bin hier der boss ok ja ich bin hier boss so ich bin hier Geht hoch. What the fuck? Oh, Level 16. Das war so dumm, Gott. Helvon tötet sie den nicht. Jetzt töte ihn doch. Werf doch. Hat doch jeder schon am Anfang. Ja. 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 Egal, dann gehe ich. Was wird das? Hier soll ich dir was besseres zeigen. Ups. So. Ähm. Ja, gut. Geiler Sprungrad. Is no. Is no. Is nein. 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 Okay. Hier. Das kleine Bieste. Sag ich mal. Ja. Für dieses kleine Versteck. Hier. Bis zu der Ego Perspektive. So. Und dann so durch. Hier. Hier ist ein Mörder. Da wird wenn sie gucken. Aber da lief nur Scheiße. So kommt. Mami. Wo ist das? Ich weiß nicht. 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 Ach ниж повeint. Ich hoffe mir jetzt ? Die Musik bleibt. So wird es aired. Ich Vladica Publikov. Der Servicelaufen. kuint Bömer 17. Ehen. 안 torturevez wie es ist und ich will. So, normale Spieler können nur 10 Münzen einsammeln, außer ich, ich kann sogar 15 einsammeln. Ich dachte, ich kann nun endlich einsammeln. Lol, durch die Wand, alles klar. Das müsste ich eigentlich können. Das müsste ich eigentlich können. Looking for free item codes, follow me. Und ich gehe da einfach weg. Ey, ich habe das da in Rot. Kann man auch in Grün bekommen. Oder? Hehehe. Ich bin der Beste, der da oben. Hier kann man nicht durch. Und jetzt kommt er hierher. Das machen wir. Hehehe. Hier. Komm mit. Okay. Ich habe es Ihnen gezeigt. Und die schreibt Yes. Und irgendwer hat anderes auf Yes. Ich kann noch Sprung. Ich werde doch in Land. Komm. Also, wie ich immer verfehle. Plus, ich gehe gleich zum Fehlen. Mordere sind wieder. Aber wenn ich immer Mörder bin, verliere ich. Ich bin YouTuber. Geil. Weil ich YouTuber bin. Kleinen Scherz. Die kennen mich alle bestimmt nicht. Du, hi. Ich habe es von dir. Ja. Ja, wir haben 18er-Bus geknackt. Jetzt Rekord. Nein, Scherz. Ja, ne, ich dachte, das wäre Münzen. Du, 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 du. Voll. Aber ich kämpfe nicht. Oh, die Korn und die Ecke. Das war gerade Blindheit einfach. Blindheit ohne Worten. Und gestern habe ich zwei Leute gefragt, ob ich sie in einem Video grüße. Klar, meinte ich dann einfach. Mach ich gern. Ja, mach ich auch am Ende des Videos. Da, guck, da habe ich schon elf. Wow, Rekord. Jetzt verstecke ich mich im Truck. Wow, hier ist jemand drin. Ja, ne. Leck mich. Aber plus elf Münzen. Okay. Ich habe die Namen verirrt, also kriege ich einmal nach. Die haben irgend so eine Bilder, da grobe mich, äh, mich, ähm, erstellt. Okay, grüße gehe raus an Ottototot elf und Flori201111. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video, Leute. Und tschau. Ja, haltet. Nichts, easy, schön, ganz, ganz. bulae, bližin-OO, 11005, Ne Zutry, gucken,